Schön, dass ihr da seid. Wir reden heute über dieses Teil hier. Im analogen Bereich gibt es ja unterschiedliche Formate. Das heißt, wir beginnen im Kleinbildformat, im Mittelformat und dann das, was wir hier haben, ist das Großformat. Aber was sitzt eigentlich bei jeder Kamera im Objektiv? Die Blende, die Blende. Die Blende, die Blende, die Blende. Die Blende, die Blende. Die Blende, die Blende, die Blende. Die Blende, die Blende. Die Blende, die Blende. Vielen Dank.